Hallo zusammen, in diesem Video zeigen wir euch zwei Wege, wie ihr den Füllstand einer Gasflasche ermitteln könnt. Gasflaschen bieten viel Energie in kompakter Form, sind daher sehr flexibel einsetzbar bei verschiedenen Anwendungsbereichen, beispielsweise das Grillen mit Gas, bei Gasherden oder in Flüssiggasanlagen, in Caravans und Wohnmobilen oder in Booten. Aber dem einen oder anderen ist sicherlich schon mal das gleiche Missgeschick unterlaufen. Genau in dem Moment, in dem ihr sie am dringendsten gebraucht hättet, war die Gasflasche ganz plötzlich leer. So einem Szenario kann man sehr, sehr einfach vorbeugen, nämlich indem man den Füllstand der Flüssiggasflasche kennt. In diesem Video zeigen wir euch zwei Möglichkeiten, wie ihr den Füllstand ermitteln könnt. Einmal mit herkömmlich analogen Mitteln und einmal digital mithilfe einer App. Das hier ist eine handelsübliche Kofferwaage, mit der wir das Gesamtgewicht der Gasflasche messen. Die Kofferwaage zeigt circa 10,2 Kilogramm an. Von diesem 10,2 Kilogramm Gesamtgewicht ziehen wir nun das Tadergewicht ab. Dieses Tadergewicht steht immer auf der Flüssiggasflasche drauf und sind in dem Fall 5,7 Kilogramm. Das heißt, 10,2 Kilo minus 5,7 ergibt einen Restfüllstand von 4,5 Kilogramm. Aber auf Gasgeräten, wie beispielsweise dem Gaskochfeld hier, wird die Leistung immer in Kilowatt angegeben. Gemessen haben wir aber in Kilogramm. Das heißt, entweder ihr bemüht jetzt die Mathematik und rechnet um von Kilogramm in Kilowatt. Oder ihr vertraut auf eure Erfahrungswerte, wie lange euch, wie viel Kilogramm noch ausreichen. Wer es etwas komfortabler möchte, der sollte jetzt gut aufpassen. Dieses System heißt Senso 4S und besteht aus einem Füllstandsmesser und einer dazugehörigen App. Wir zeigen euch mal, wie man damit den Füllstand einer Gasflasche misst. Ihr bringt den Senso 4S zunächst mal auf die richtige Größe der Gasflasche mit diesen flexibel ausziehbaren Standfüßen. Zu der Frage, welche Gasflaschen denn auf den Senso 4S überhaupt passen. Eigentlich alle in Deutschland gängigen Flaschen wie die 5, 8, 11 Kilogramm Flasche. Dabei spielt es auch keine Rolle, aus welchem Werkstoff die Flasche ist. Es gehen sowohl die Stahlflaschen als auch Aluminium- oder Kunststoffflaschen an. Die Stahlflaschen haben einen großen Vorteil, den ich hier mal kurz demonstriere. Wenn ihr nämlich den Senso 4S auf die richtige Größe gebracht habt und den auf die Standfüße setzt, haftet der Senso 4S an der Gasflasche, da Magneten in die Standfüße eingebracht sind. Vor der ersten Messung müsst ihr die Flüssiggasflasche dann nochmal runternehmen und zunächst das Gerät via Bluetooth mit der App verbinden. Da auch der Senso 4S den Füllstand anhand des Gewichts berechnet, müsst ihr Füllgewicht und Tara-Gewicht eingeben. Zum Abschluss Gasflasche wieder auf den Füllstandsmesser stellen, OK klicken und nach kurzer Wartezeit wird euch der Füllstand angezeigt. Wir kommen hier auf einen Füllstand von 90%. Sehr nette Zusatzfunktion, bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App den Verbrauch und zeigt euch an, wie lange der aktuelle Füllstand der Gasflasche noch ausreicht. Nun kennt ihr die beiden Wege, wie man den Füllstand einer Flüssiggasflasche ermittelt. Einmal analog, zum anderen wesentlich komfortabler digital. Weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr entweder ein Like da lasst oder den YouTube-Kanal abonniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.